Die Phantome des Hutmachers von Georges Simenon Teil 3 Es gab nun keine Arkaden mehr und Monsieur Labbé ging im Regen. Die Straße wurde wieder dunkel, mal verschwand der Hutmacher, mal tauchte er im Lichtkreis einer Straßenlaterne wieder auf, während sich Kaschudas genau in der Mitte der Fahrbahn hielt. Er hielt den Atem an, starr vor Entsetzen und auch unfähig umzukehren. Es war die gefährlichste Tageszeit. Drei der vier alten Frauen waren zwischen halb sechs und sieben Uhr abends ermordet worden. Hintereinander erreichten sie nun das ruhige Museumsviertel mit den kleinen, einstöckigen Häusern und hinter manchen Fensterscheiben sah man Familien versammelt, Kinder, die ihre Hausaufgaben machten, Frauen, die bereits den Tisch fürs Abendessen gedeckt hatten. Plötzlich war Monsieur Labbé im Dunkeln verschwunden. Und nach einigen Schritten blieb Kaschudas stehen wie einer, der eben etwas Wichtiges verloren hatte. Wegen der Dunkelheit blieb der Hutmacher wie vom Erdboden verschluckt. Wahrscheinlich war er in irgendeinem Winkel stehen geblieben und wartete. Geräuschlos, bewegungslos, denn war er nicht imstande, sich geräuschlos vorzugewegen? Es war nicht auszuschließen, dass er sich dem Schneiderlein näherte und dieses erstarrte, wie von schneidender Kälte durchdrungen. Ganz in der Nähe spielte jemand Klavier. Ein schwacher Lichtschein drang durch die Jalousien eines Hauses. Ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge bekam in einem hell erleuchteten Raum Klavierunterricht und spielte unermüdlich dieselben Tonleitern. Kein Mensch bog in die Straße ein, weder an dem einen noch an dem anderen Ende und Monsieur Labbé hielt sich immer noch irgendwo verkrochen. Still, unsichtbar, während Kaschudas sich nicht den Häusern zu nähern wagte. Das Klavier verstummte und es wurde totenstill. Dann das dumpfe Geräusch des Deckels, der auf die weißen und schwarzen Tasten fiel. Gedämpfte Stimmen, die lauter wurden. Wollen Sie wirklich gehen, Mademoiselle Mollat? Es wäre doch viel sicherer, wenn Sie warten würden, bis mein Mann aus dem Büroheim kommt. Er muss in zehn Minuten hier sein. Für die fünfzig Schritte, die ich zu machen habe. Gehen Sie schnell wieder ins Haus, sonst erkälten Sie sich. Bis nächsten Freitag. Es war Freitag. Wahrscheinlich bekam das kleine Mädchen oder der kleine Junge jeden Freitag von fünf bis sechs Uhr Klavierunterricht. Ich lasse meine Tür offen, bis Sie zu Hause sind. Auf gar keinen Fall. Damit das ganze Haus kalt wird, ich sage Ihnen doch, dass ich keine Angst habe. Aufgrund ihrer Stimme stellte Kaschudas sie sich klein und mager vor. Ein wenig verbraucht, ein wenig affektiert. Er hörte sie die Stufen hinabgehen, den Gehsteig betreten. Die Tür, die einen Augenblick lang offen gestanden hatte, wurde nun geschlossen. Er hätte beinahe geschrien. Er wollte schreien, aber es war schon zu spät. Es machte nicht mehr Lärm als zum Beispiel ein Fasan, der aus einer Hecke auffliegt. Es war wahrscheinlich das Rascheln der Kleider. Jeder in der Stadt wusste, wie es geschah, und Kaschudas fuhr sich unbewusst mit der Hand an die Kehle, stellte sich die Cello-Seite vor, die sich um den Hals zog, machte eine Anstrengung, um die Starrheit von sich abzuschütteln. Er war in Wasserpfützen getreten und seine Füße waren nass, seine Gesichtszüge von der Kälte verhärtet. Er ging nun wieder wie ein normaler Mensch, ging über die Rüde Minage seiner Straße entgegen. Er war fast am Ziel. Er hörte keine Schritte. Und doch wusste er, dass jemand hinter ihm ging, ihn einholte. Er wagte weder zu laufen noch stehen zu bleiben. Und eine Silhouette, größer und breiter als er, tauchte zu seiner Linken auf. Ein Schritt passte sich dem Seinen an und eine merkwürdige, ruhige Stimme sagte, »Sie würden einen Fehler machen, Kaschudas.« Er sah nicht zu seinem Begleiter hin. Er gab keine Antwort. Er machte nicht sofort kehrt. Er war allein. Er sah die rote Laterne, einem Polizeibeamten, der aus der Wache kam und sein Fahrrad bestieg. Er drehte sich um. Ohne sich weiter um ihn zu kümmern, hatte Monsieur Labbé kehrt gemacht und begab sich nun, die Hände in den Taschen, den Kragen seines Mantels hochgeschlagen, in Richtung Rüde Minage, die ihrer beider Straße war. Als er vor den Schaufensterläden ankam, die Valentin geschlossen hatte, blieb er stehen und knöpfte den Mantel auf, um den Schlüsselbund aus der Hosentasche zu holen. Er machte immer die gleichen Bewegungen, wenn er abends nach Hause kam. An der Ecke der Rüde Minage war jemand stehen geblieben. Es war Kaschudas, der darauf wartete, dass sich die Tür des Hutmachers wieder schloss, bevor er ebenfalls nach Hause ging. Monsieur Labbé blickte hoch und bemerkte die Frau des Schneiders in der Werkstatt im ersten Stock. Etwas beunruhigt hatte sie gerade einen Blick aus dem Fenster geworfen. Er drehte den Schlüssel im Schloss um, trat in die warme Dunkelheit, schloss die Tür wieder, bevor er den Lichtschalter umdrehte und legte die Querstange vor. Dann blieb er stehen, das Gesicht an einen Spalt im Fensterladen gepresst. Der kleine Schneider, der vorsichtshalber immer noch in der Mitte der Straße blieb, kam endlich bei seinem Haus an. Er ging stockend mit unregelmäßigen Schritten und zum ersten Mal bemerkte Monsieur Labbé, dass er das eine Bein beim Gehen ein wenig zur Seite schlenkerte. Auch Kaschudas schaute nach oben, doch seine Frau war gerade nicht am Fenster. Schnell verschwand er in seinem Geschäft, aus dem er aber wieder heraus musste, um die Läden anzubringen, denn er hatte keinen Gesellen, der das an seiner Stelle getan hätte. Seine Bewegungen waren ruckartig, fahrig. Wahrscheinlich hatte er der Treppe zugewandt, der gleichen Treppe wie in der Hutmacherei, gerufen »Ich bin's«, er beeilte sich, verriegelte die Tür. Im Erdgeschoss erlosch das Licht und flammte ein wenig später in der Werkstatt auf, wo der kleine Schneider nichts Eiligeres zu tun hatte, als aus dem Fenster zu sehen. Monsieur Labbé zog sich von seinem Beobachtungsposten zurück, legte den Rest des Geldes, das er vor dem Weggehen aus der Kasse genommen hatte, wieder dorthin zurück, ging in den Raum hinter dem Laden und spielte einen Augenblick lang mit einem Gegenstand herum, den er aus der Tasche gezogen hatte. Er hatte immer noch seinen nassen Mantel an und als er sich vorbeugte, fielen Wassertropfen von seinem Hut. Er nahm ihn erst ab, als er am Fuß der Treppe vor dem Kleiderständer stand. Unter der Küchentür sah er einen Lichtstreifen. Der Tisch war gedeckt, mit einem einzigen Gedeck, einem weißen Tischtuch, einer Flasche Wein, die mit einem silbernen Korken verschlossen war. »Guten Abend, Louise«, hat meine Frau mich gerufen. »Nein, Monsieur«, das Dienstmädchen blickte auf seine Füße, als er sich vor den Ofen setzte, holte die Pantoffeln und kniete sich auf den Boden. Er hatte das nie von ihr verlangt. Sie war sicherlich auf einem Bauernhof darauf dressiert worden, den Männern die Schuhe auszuziehen, ihrem Vater, ihren Brüdern, wenn sie vom Feld zurückkamen. Es war genauso warm wie im Laden, und die Luft hatte die gleiche drückende Unbeweglichkeit, die die Gegenstände so erstarrt und zeitentrückt erschienen ließen. Vor dem Fenster, das auf den Hof ging, rauschte noch immer der Regen, während dahinter das Kupferpendel einer alten Standuhr im Nussbaumkasten hin- und herschwang, scheinbar so langsam wie nirgendwo sonst auf der ganzen Welt. Die Zeit war nicht die gleiche wie in der Hutmacherei, auch nicht wie auf der Uhr von Monsieur Labbé und auch nicht wie auf dem Wecker im ersten Stock. »Ist niemand gekommen?« »Nein, Monsieur«, sie zog ihm seine Pantoffeln aus feinstem Ziegenleder an. Der Raum war mehr Esszimmer als Küche, denn der Herd und das Spülbecken befanden sich in einem kleinen, engen Nebenraum. Um den runden Tisch standen lederbezogene, mit Schusternägeln verzierte Stühle. Es gab viel Kupfergeschirr und auf einer rustikalen Anrichte alte Fiancaise, die er auf einer Versteigerung erstanden hatte. »Ich gehe nachsehen, ob meine Frau etwas braucht. Kann ich Suppe auftragen?« Er verschwand auf der Wendeltreppe und sie hörte, wie er nach oben ging. Als er wieder herunterkam, sagte er, während er sich an den Tisch setzte, »Sie hat keinen großen Hunger. Was gibt es zu essen?« Er hatte sein Buch vor sich liegen und die Hornbrille aus dem Etui genommen. Der Ofen wärmte ihm den Rücken. Er aß sehr langsam. Louise bediente ihn und zwischen den einzelnen Gerichten wartete sie reglos mit verlorenen Blick in ihrer engen Kammer. Sie war noch keine 20 Jahre alt. Sie war eher dick, sehr dumm, mit ausdruckslosen, hervorstechenden Augen. Der Verschlag, der als Küche diente, war nicht breit genug, um einen Teil des Tisches hineinzustellen. Manchmal aß sie dort im Stehen zu weilen, wartete sie auch, bis der Hutmacher gegessen und das Zimmer verlassen hatte und setzte sich an seinen Platz. Er konnte sie nicht leiden. Er hatte keine glückliche Hand gehabt, als er sie eingestellt hatte. Doch darüber konnte er ja später nachdenken. Um Viertel nach Acht wischte er sich den Mund ab, schob die zusammengerollte Serviette in den silbernen Ring, verkorkte die Flasche, von der er nur ein einziges Glas getrunken hatte, und stand seufzend auf. »Es ist fertig«, sagte er. Darauf nahm er das Tablett, auf dem ein zweites Abendessen angerichtet war, und ging ein weiteres Mal zur Treppe. »Wie viele Stufen mögen es sein? Ich habe sie nie gezählt.« Die Schwierigkeit bestand darin, mit der einen Hand das Tablett zu halten, ohne etwas zu verschütten, mit der anderen den Schlüssel aus der Tasche zu holen und ihn im Schloss umzudrehen, denn diese Tür war immer verschlossen, selbst wenn er zu Hause war. Er drehte den Lichtschalter um, und Kaschuda sah von gegenüber, wie es hinter den Rollos hell wurde. Er setzte das Tablett ab, immer an demselben Platz, und schloss die Tür hinter sich ab. Das war alles sehr kompliziert. Es hatte viel Zeit gebraucht, um zur festen Regel zu werden. Das Kommen, das Gehen des Hutmachers vollzog sich in einer festgefügten Ordnung, die eine ungeheure Bedeutung hatte. Zunächst einmal musste gesprochen werden. Er machte sich nicht immer die Mühe, deutliche Worte zu sprechen, denn unten hörte man es auf alle Fälle nur als Gemurmel. Heute zum Beispiel sagte er immer wieder mit einer gewissen Befriedigung, »Du würdest einen Fehler machen, Kaschudas. Du würdest einen Fehler machen, Kaschudas. Du würdest einen Fehler machen, Kaschudas.« Es gab an diesem Abend nichts besonders Gutes zu essen, aber er nahm sich dennoch das zarteste Stück vom Kalbskotelett. Es gab Tage, an denen er das zweite Abendessen ganz aufraß. Er ging ans Fenster. Er hatte Zeit. Er schob das Rollo ein wenig zur Seite und entdeckte den kleinen Schneider, der bereits mit Essen fertig war und wieder auf seinen Tisch geklettert war, während die Kinder in der Stube auf dem Boden spielten und die älteste Tochter wahrscheinlich mit ihrer Mutter das Geschirr spülte. Er ging zu dem Tablett zurück und sagte dabei mit lauter Stimme, »Hast du gut gegessen? Wunderbar!« Er ging aufs Klo, um dort die Teller zu leeren, außer den Knochen des Koteletts, wobei er es vermied, die Wasserspülung zu betätigen. Anfangs tat er es, aber das war ein großer Fehler. So hatte es eine Menge Unvorsichtigkeiten gegeben, die er nach und nach korrigiert hatte. Er ging mit dem leeren Tablett und den Tellern hinunter, worauf sich Louise, das Dienstmädchen, an seinen Platz setzte. Um weniger abwaschen zu müssen, aß sie aus den Tellern ihres Arbeitgebers und trank aus seinem Glas. Auch sie las beim Essen, Kroschenhefte. »Gehen Sie nicht aus, Louise!« »Ich habe keine Lust, mich strangulieren zu lassen. Gute Nacht! Gute Nacht, Louise!« Es war fast vorbei. Noch einige Riten waren zu erfüllen, sich vergewissern gehen, dass die Ladentür fest verschlossen war, das Licht löschen, erneut die Treppe hinaufsteigen, den Schlüssel auf der Tasche nehmen, wieder verschließen. Nachher würde Louise die Treppe hinaufsteigen, um sich im hinteren Zimmer schlafen zu legen, und er würde sie noch eine gute Viertelstunde lang schwerfällig auf- und abgehen hören, bevor die Matratze unter ihrem Gewicht quietschte. »Trampel!« Er durfte jetzt viel lauter sprechen. Von Zeit zu Zeit musste er das einfach. Er konnte nun auch die Wasserspülung im Klo betätigen und die Essensreste hinunterspülen. Kragen und Krawatte abnehmen, seine Jacke ausziehen, in den Morgenrock schlüpfen. Die Phantome des Hutmachers von Georges Simenon Teil 3 Die Phantome des Hutmachers von Georges Simenon Teil 3 Die Phantome des Hutmachers von Penny Die Phantome des Hutmachers von Pill지